Man macht Walkouts, wenn die Russen sprechen, geht man raus, um Zeichen zu setzen. Das ist natürlich Bullshit. Wenn man eine politische Lösung eines Konfliktes, eines Krieges erarbeiten möchte, dann muss man miteinander reden. Mein Name ist Stefan Keuter, ich bin Mitglied des Deutschen Bundestages und Mitglied der Deutschen Delegation bei der OSZE Wintertagung von der OSZEPA, Parliamentary Assembly, also der Parlamentarierversammlung. Und ich stehe hier in Wien vor der Hofburg, dem Tagungsort der OSZE, der hinter mir liegt. Und dieses Mal ist die russische Delegation wieder zugelassen. Die OSZE ist die Vereinigung der Staaten, die für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa werben, sich dafür einsetzen. Und es war unwürdig, dass bei den letzten Tagungen in Polen und in Birmingham, in England, die russische Delegation nicht vertreten war. Und das mit der Begründung, ja, die OSZE hätte sie gerne zugelassen. Aber die Nationalstaaten haben keine Visa erteilt. Das ist natürlich eine faule Ausrede. Wenn man sich als OSZE dafür einsetzt, dass die russische Delegation anwesend ist, dann hat man das auch gegenüber den Nationalstaaten, die diese Versammlung oder dieses Treffen beherbergen, durchzusetzen. Hier hat man sich zurückgelehnt und war froh, dass einem diese Entscheidung abgenommen wurde. Die Österreicher haben jetzt den Russen Visa erteilt. Es gibt nämlich eine Sonderregelung in Sachen OSZE. Hier, wo die OSZE ja auch ihren Hauptsitz hat im neutralen Österreich. Die dürfen den Russen die Visa nicht verwehren. So ist die russische Delegation hier. Man hatte im Vorfeld riesige Angst, dass die Russen dieses Format hier sprengen mit Eingaben und Redebeiträgen. Das ist gar nicht der Fall. Allerdings ist festzustellen, dass eine große antirussische Propaganda hier durchgeführt wird. Überall im Saal hängen Ukraine-Flaggen. Das hat mit Neutralität und dem Ringen nach Lösungen nicht wirklich was zu tun. Ich hatte gestern noch ein Treffen mit unserer Botschafterin, der deutschen Botschafterin bei der OSZE. Die über sogenannte Walkouts, auch bei den ständigen Treffen hier der Diplomaten, der Vertreter der einzelnen Länder bei der OSZE hier berichtet hatte. Man macht Walkouts. Wenn die Russen sprechen, geht man raus, um Zeichen zu setzen. Das ist natürlich Bullshit. Wenn man eine politische Lösung eines Konfliktes, eines Krieges erarbeiten möchte, dann muss man miteinander reden und sich nicht gegeneinander ausgrenzen. Ich habe grundsätzlich den Eindruck, dass sehr stark eine pro-ukrainische Propaganda betrieben wird. Dass die Ukraine einer der korruptesten Staaten der Welt war. Ein Unrechtsregime ist alles unter den Tisch gekehrt. Zelensky und die Ukraine werden im Moment als Heilsbringer gefeiert und die Russen dämonisiert. Um auf ein paar Fakten zurückzukommen. Es sind einige Parteien seit 2014 in der Ukraine verboten worden. Unter anderem die Partei Russischer Block und Russische Einheit, die 2014 bereits verboten wurde. 2015 wurden alle drei kommunistischen Parteien in der Ukraine verboten. Im März 2022 setzte der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine alle Aktivitäten einer Reihe von politischen Parteien aus, die bei den Wahlen 2019 zusammen fast 20 Prozent errungen haben. Das ist so, als würde man die komplette Opposition in Deutschland ausschalten. Dazu gehören die Parteien Oppositionsplattform für das Leben. Diese haben 13 Prozent bei den Wahlen 2019 errungen. Der Oppositionsblock mit 3,03 Prozent der Stimmen bei den Wahlen 2019. Partei der Scharia 2,23 Prozent bei den Wahlen 2019. Naschi zu deutsch die unseren und die linke Opposition sowie Union der Linken. Dershawar zu deutsch Großmachtstaat. Progressive Sozialistische Partei der Ukraine. Sozialistische Partei der Ukraine. Sozialisten und Block von Wladimir Saldo. Das sind Parteien, die verboten worden sind. Und das ist nun wirklich kein Ausdruck einer großen lebenden Demokratie. Wenn die Opposition komplett mundtot gemacht wird, wenn sie verboten wird, das wäre so, als würde man in Deutschland die AfD und die Linke, vielleicht noch die FDP dazu, wenn sie in der Oppositionsrolle wäre, verbieten. Das ist natürlich eine fürchterliche Katastrophe. Und das sind Missstände, die einfach mal benannt werden müssen. Hinzu kommt die Verfolgung von Bürgern aus politischen Gründen. Ich habe Listen vorliegen, wo Dutzende von Namen draufstehen von Menschen, die politisch verfolgt sind. Das geht fast unter den Gräueltaten eines Krieges, wo er nun die Wahrheit zuerst verliert und Medienarbeit als Propaganda, als Kriegswaffe eingesetzt wird, kommt es fast auf diese Unterdrückungen schon medial nicht mehr an. Es sind Medienhäuser geschlossen worden, Medienvertreter sind verfolgt worden. Unter anderem sind im Jahr 2021 eine Reihe von nichtstaatlichen Medien geschlossen worden. Teilweise wurden harte Sanktionen gegen die Inhaber dieser Medienhäuser verhängt. Sie sind zum Teil inhaftiert worden. Dazu gehören 112 Ukraine, News One, ZIK, Strana, Ukraine, Schari, Net. Im Jahr 2017 wurden 20 Millionen VK-Nutzer, das ist so, das russische Facebook in der Ukraine, von dem Zugang zu diesem Netzwerk, zu diesem sozialen Netzwerk ausgeschlossen. Man sieht, man hat riesige Angst vor der Opposition in der Ukraine. Und das ist nun wahrlich nicht demokratisch. Außerdem habe ich noch einige andere Zahlen. Und zwar hat der Journalistenverband der Ukraine Angriffe auf Journalisten bekannt gegeben. Im Jahr 2017 waren dies 89, im Folgejahr 2018 86, im Jahr 2019 75 und bis Mitte 2020 45. Belastbare Zahlen ab 2020 gibt es nicht. Aber mit jährlich fast 100 Angriffen, richtig schweren Angriffen auf Journalisten, spricht dies auch schon ein sehr deutliches Zeichen. Und ich bezweifle, dass die Ukraine hier eine saubere Medienlandschaft pflegt und an einer Opposition im Land interessiert ist. Über Folter und Gräueltaten müssen wir nicht berichten. Die finden natürlich statt. Ich sagte schon, die Wahrheit stirbt im Krieg zuerst. Hierüber wird nicht berichtet, oder sie werden nur einer Seite zugeschrieben. Beispiel Butscha. Die Medien im Westen rauf und runter berichteten über Kriegsgräueltaten. Da gehen fast die Erschießungen von russischen Kriegsgefangenen komplett unter, sowie Folter bei Verhören. Einen letzten Punkt möchte ich noch ansprechen. Und zwar ist das die religiöse Verfolgung. Die russisch-orthodoxe Kirche ist insbesondere seit 2014 und noch stärker seit dem Kriegsbeginn im letzten Jahr 2022 einer starken Verfolgung ausgesetzt. Insbesondere die kleinen Kirchengemeinden der russisch-orthodoxen Kirche in ländlichen Bereichen sind starken Repressionen, teilweise Angriffen ausgesetzt. Das sind Mitstände, die müssen einmal aufgezeigt werden. Und das muss auch thematisiert und aufgearbeitet werden. Das ist mit dem Kriegsbeginn im letzten Jahr 2022 und der Kriegsbeginn im letzten Jahr 2022 und der Kriegsbeginn im letzten Jahr 2022